Sooo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren... Alter... 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 Es kalt, Alter... So, wo bin ich jetzt? Ja, willkommen zu einer weiteren Folge. Das läuft schon mal gut, oder? Rage 2... Das ist schon fast ein Fail, oder? Ich bin der Fanggeber. Und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt so gut wie möglich einmal alle Nebensachen. Oh... Kannst du mich ausziehen, auch zu Missionieren? Oh... Wow! Okay. Whoa! 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 Yeah! I think I'm coming! Whoa! Yeah! Whoa! Whoa! Okay. Hätten wir das einmal gemacht? So, zwei Lagerkisten und eine Aachen-Tube. So, zwei Lagerkisten und eine Aachen-Tube. Oh Okay. Okay. I don't know. There's a harder attack. Okay, I'm here. Ah, nein, 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 nein. auf der Seite ist der Switch So, da sind wir halbwegs sicher, da schauen wir jetzt wo wir hin können. Machen wir die Mutanten, nehmen wir uns das für später auf. Scheiß drauf. Die Mutanten mag ich nicht gerne, aber ich echt nicht gerne habe. Wow! Hallo? Zu 90 Prozent der Takt. Ja! Ja! Das war's für heute. 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 Aber nur dann lassen wir dich wieder raus. Kapiert? Keine Sorge, ich mach das. Okay, speichern. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, holy mother. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Go, 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 go. Groo, go, 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 go. Wo ist jetzt ausgang? Nein, da sagt sie nichts mehr. Wir fangen Soldaten heute an. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR im Auftrag des WDR WDR im Auftrag des WDR WDR im Auftrag des WDR Das würde ich sogar noch besschig machen Ich weiß echt nicht, wenn ich die Zinne mit Filmen machen Und die ganze Sache da eben Ich möchte mich wieder aufbrechen WDR im Auftrag des WDR 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 Ziel erreicht. Oh, macht so gut. Oh mein Gott, I'm on the truck! I'm on the truck! I'm on the truck. Oh, hold on. I'm on the truck. 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 Oh, I'm on the truck. I'm on the truck. I'm on the truck. Oh, my God. Oh, my God. Wir haben doch... Oh mein Gott, I had a monster truck, monster truck, monster truck. Fahren wir natürlich da her. Möchte man den Unternehmens drauf vorsichtig holen. Das ist ein Schuss. Die Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Oh mein Gott. Das war's für heute. Ich hab den Monster Truck, ich hab den Monster Truck, ich hab den Monster Truck, Monster Truck, Monster Truck. Okay, folgt mir jetzt nicht wie ein kleines Kind. Der Ranger. Und? Ist das insgesamt alles wieder unter Kontrolle? Hallöchen. Ist der Tatenfeld, oder? Hey. Ranger. Herr, rein spaziert. Hier wartet das Ange- Hallöchen. Willkommen zurück bei Puppies. Wir sehen uns. Ranger. Wie steht's? Hallo. Schlechte Neuigkeiten. Die Handelswege nach Laguni wurden mit riesigen Straßensperren blockiert. Anscheinend wollen die Riverhawks und die Goon Squad den Handel mit der Secreto Marsch verhindern. Es muss was getan werden, bevor die gesamte Handelstriade zerfällt. Was ist das? Das ist faszinend! Wie geht's? Wie geht's? Was ist? Ich kann da, Frau, was ich? Hier. schon mal mutantenköpfe eingeschlagen bin dann weg den rauch kannst du von mir aus sehen das ist krass wie man die datenpads hier sammeln kann oder das wusste ich alles gar nicht bevor ich das freigeschalten habe das feature das war einer der stehen im weg da Das war's. Das war's. Ja, ist ein bisschen anders gekommen als geplant. Ich wollte ehrlich gleich hier wieder raus, hab dann aber gesehen, dass Datenpads vorhanden sind, die wieder einige Sachen bringen. Hier zum Beispiel... Partitenunterschlupf weiß ich jetzt nicht. Ja, einige Sachen hat's auf jeden Fall gebracht. Die werden wir alle machen. Ich glaube, hier wird hier gerade ein Pisten-Set. Also ich glaube, ich verzettel mich da gerade. Ja, weg ist die Lagerkiste. Scheiße. Na gut, mit diesem Fail verabschiede ich mich. Das war's. Das war's.